Hallo, hier ist der Martin von Manne Mankees, dass die Dax haben diese für nun Donnerstag, den 14.9.2023 und damit nehmen wir uns immer mehr dem Verfallstag und unser Dax, der Esel, hat hier weiter spielt hier ein bisschen bockiges Vieh, der einen die Zunge rausgestreckt zum Mittwoch und unten sich einfach per Gap da mal rausgelöst. So, ich kriege mein Fenster hier weg, so rum kriege ich es weg. Wir hatten uns gestern vorbereitet für den heutigen Tag und haben gesagt, dass so von der reinen Konstellation her man schon deutlich aufpassen sollte, dass er auch weiter runterrutschen kann, insbesondere wenn er sich hier eben unter der 700 noch etabliert bekommt, wenn er da durchrutscht. Wir haben darüber gesprochen, kleiner, schneller, früher Start in die 6,70. Das wäre noch erlaubt gewesen, 6,70, 6,50, dann schnell über 7,50. Das wäre für die bullige Route gut gewesen. Wir hatten auch gesagt, dass ich grundsätzlich, wenn ich Shorts hätte, die nicht realisieren würde, sondern erst wenn er über 7,50 geht, weil über 7,50 mehr der zu weit nach oben aufdrehen würde und dass wir unten auch ein bisschen darauf aufpassen müssen, weil da eben nicht mehr viel kommt. Wir haben gesagt, wir haben hier unten jetzt noch die Dini hier bei 5,70, 5,80, das letzte Ziel war 5,70 und da drunter wird es dann relativ dünn und das hat er jetzt auch angespielt. Es hat sich unten drunter durchfallen lassen, es haben auch unten durchgereicht worden, auf unsere Linie draufgefallen, da in Doppelböden sogar gestellt. Und so gesehen sollte man jetzt ein bisschen auffassen. Die Sache ist die, dass der DAX halt mit Doppelböden immer so ein Düssel, ja, also dann kann man fast das Eselbild wieder hochholen. Also so Doppelböden, das spielt er gerne mal an, da kann es sein, dass wir zum Donnerstag erstmal, erstmal, wirklich in Klammern, in Anführungsstrichen erstmal, ich wiederhole das nicht, weil ich bekloppt bin, sondern weil es wichtig ist, erstmal hoch in die 15,700 Station, also versucht den Doppelböden anzuspielen und dann wäre dort die Entscheidung, ob was gestanden kriegt oder nicht. Wir brauchen einen schönen Stundenschuss drüber, kriegt ihr den hin, dann kann er den Doppelböden ausspielen, das heißt, wir laufen wieder zurück auf 8,40, 8,60, ja, über Donnerstag, Freitag, rechnen vielleicht hier oben ab, nochmal ein bisschen Richtung 16.000 gucken, kurz vor dem Verfall. Und das wäre Doppelböden-Szenario, ja, wäre auch plausibel, würde schon passen, wenn man so sieht, sieht auch schlimm aus, das wäre ein übliches Bild, dann müsst ihr sich jetzt einfach, ihr kennt das mit den Kästchen, wollen wir euch die Kästchen malen, würde dann das Kästchen quasi einmal von hier nach hier hochspielen, ja, und jetzt hier noch hochklettern, muss nicht so schnell sein, kann auch in dem Ausmaß sein, aber auch rein von der Ausprägung her, würde sich jetzt so ein bisschen daran orientieren, das halt immer ein bisschen im Hintergrund haben, oder im Hinterkopf haben, wenn er nach oben anzieht, aber wie gesagt, erstmal, das habe ich betont, weil auch aus Donnerstag, Zyklik, der DAX gewisse Regelmäßigkeiten an sich hat, das ist einfach so, jeden Tag, gibt für jeden Tag immer ein schönes Tagespattern eigentlich, was man sehr häufig sieht, nicht immer, nicht immer, ja, aber sehr häufig, habe da so ein bisschen meine krawummischen Gesetze auch drauf aufgebaut, aber das ist eher Seminargegenstand, das gebe ich nicht so gerne frei, kostenlos, dafür steckt da zu viel Schmalz in Erfahrung auch drin, als dass ich das gerne verschenken möchte. Und diese Regel besagt aber, dass eben die 700 oben die Schlüsselstelle für den Donnerstag wird, ja, wenn wir dort nämlich eine rote Stundenkerze kriegen, dann kann er von dort einmal komplett nach unten durchgereicht werden, und wenn das kommt, wenn er von hier oben nach hier unten durchgereicht wird, und am Nachmittag noch ein Tief stellt, also ich glaube, dann macht er eine gute Kretsch nach unten noch durch, ja, weil, wie gesagt, da ist nicht mehr viel, ist wirklich nicht mehr viel, ja, wir haben dann hier 4,70 noch ein Tief, wir haben hier 455 einen Tief, müssen wir ein bisschen weiter nach links scrollen, und das war's. Ja, dann wird's dünn, aber wir haben hier im Bereich um 500 eben auch noch eine 200-Tage-Linie. Jetzt ist es allerdings so, dass die 200-Tage-Linie im Erstanlauf nicht ganz so oft immer verteidigt wird, als man glaubt. Man denkt immer, oh, 200-Tage-Linie ist erreicht, jetzt schlüsselt er sich davon ab. Das passiert hin und wieder schon, dass er das macht. Die Regel ist aber, dass der Markt an dem Tag, an dem man in den Erstkontakt auf die 200-Tage-Linie geht, eigentlich auch immer auf einer anderen Seite schließt, damit die Jungs von NTV sagen können, Halleluja, DAX unter der 200-Tage-Linie, bricht jetzt die deutsche Wirtschaft zusammen, geht die Welt jetzt in Bach runter, und dann kommt am nächsten Tag die Gegenbewegung erstmal wieder nach oben für ein paar Tage. Das ist so das übliche Bild, was man eigentlich sieht. Weil wenn der DAX nicht unter der 200-Tage-Linie schließt und notiert und 17.30 drunter geschlossen hat, dann kommt das nicht in die Nachrichten. Und darum geht's ja. Warum gibt's Nachrichten, damit ihr immer die falschen Entscheidungen an der falschen Stelle trefft? Häufig das Bild von denen, die viele Nachrichten lesen, ist, dass die in so einer Stelle schwarz sind und in so einer Stelle long sind, rausgehen. Aber gut, das ist ein anderes Programm, das ist ein anderes Thema, darum soll es hier gar nicht gehen. Wir machen eine Chart-Technik und lassen auch die News außen vor. Also, Fakt ist, rein vom Bild her, ein Doppelboden würde hier gut reinpassen, ein Doppelboden hätte Platz bis 48, 68, das muss man im Hinterkopf behalten. Man sollte im Hinterkopf behalten, wenn er denn anzieht und ein Doppelboden anzieht, ist 15.737 sehr wichtige Schlüsselstelle, dreht er sich dort um, baut nur eine rote Stundenkerze, sollte man einplanen, dass er komplett wieder nach unten durchgereicht werden kann. Auch auf neue Tiefs. Sollte er ihn gar nicht oben anziehen, direkt unten durch, direkt den Boden kaputt machen, geht davon aus, dass wir die 200-Tage-Linnen anlaufen, die sind im Bereich um 500, so knapp drunter. Heute, Stand heute, Stand morgen, sind noch ein paar Punkte höher liegen, müsste genau auf 500 dann liegen. Wichtig ist die Xetra 200-Tage-Linie. Die 200-Tage-Linie ist die SMA 200 oder auch die MA 200, das kommt dem gleich, das gleiche, im Xetra-DAX, also der von 9 bis 17.30, den guckt man sich da an, man nimmt nicht irgendeine andere, kann man zwar auch machen, die haben manchmal auch schöne Berührungspunkte, aber wenn es um eine 200-Tage-Linie im DAX geht, dann ist es die aus dem Xetra-Chart. Das ist die, die Jungs von NTV, Handelsblatt, NTV, nee, habe ich glaube ich schon gesagt, Telebörse und was weiß ich nicht alles nehmen, die gucken darauf, das ist die, die in den Mund genommen wird und deswegen ist die auch für uns als Chart-Anhalt-Listen die wichtigste. Okay? Und die macht man auch nur auf dem 200, also nur am Tagesshort sieht man das. Wer eine SMA200 im Stundenchart anmacht, der sieht nicht die 200-Tage-Linie, sondern die 200-Stunden-Linie. Komm auch immer mal fragt, Martin, ich habe mir die 200-Tage-Linie eingeblendet, warum ist die im Stundenchart an einer anderen Stelle wie im Tagesshort? Sehr häufig die Frage immer wieder, weil sie eben die letzten 200 Kerzen im Durchschnitt abbildet. Ja, und wenn ich mir die, wenn ich mir die im 200-Stunden-Chart anschaue, ist es dort. So, mein Akku bricht hier gleich zusammen. Ich habe das Ladegerät nicht an, ich bin aber auch soweit fertig. Oben, unten haben wir gesprochen, Risiko ist da. Ja, 455, 460, drunter ein bisschen Risiko. 360 ist noch das alte auf eine Gap. Oben haben wir darüber gesprochen. Machen wir hier zu, wünsche ich euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Haben wir uns morgen wieder. Tschüss!